Quattro Es gibt sechs Würfelkombinationen, welche zu bestimmten Feldern auf dem Spielplan passen. Den Zwilling, Drilling und Vierling, die Straße, das Vollhaus und den Jetzi. Welche Würfel genau für jede Kombination gebraucht werden, steht in der Spielanleitung. Hat ein Spieler eine dieser Kombinationen gewürfelt, wählt er eines der entsprechenden Felder auf dem Spielplan aus und stellt eines seiner Dächer auf dieses. Es ist auch erlaubt, niedrigere Kombinationen zu nutzen, als man gewürfelt hat. Wenn man also ein Vierling gewürfelt hat, darf man auch ein Drilling nutzen. Wer nach dem fünften Wurf keine Kombinationen hat, verliert er eines seiner Dächer. Nun ist der nächste Spieler an der Reihe. Die Anzahl der Würfel gibt an, wie man andere Türme überbauen darf. Wenn man also in etwa fünf Würfel für seine Kombination braucht, darf man sein Dach nur auf ein freies Feld stellen. Wenn man allerdings nur einen Wurf braucht, darf man sein Dach sogar auf einen Turm mit vier Dächern stellen. Wem das Dach darunter gehört, ist hierbei egal. Hat ein Turm fünf Dächer, darf er nicht mehr überbaut werden. Es gibt drei Möglichkeiten, das Spiel zu beenden. Wenn einem Spieler gelingt, auf vier nebeneinander liegenden Feldern jeweils das oberste Dach zu platzieren, gewinnt er sofort. Wenn es ihm gelingt, auf allen drei Jetzi-Feldern ein Dach zu platzieren, gewinnt er ebenfalls sofort. Ansonsten endet das Spiel nach 15 Runden. Hierbei zählen die Dächer, die die Spieler haben, so viele Punkte, wie hoch sie stehen. Diese Punkte werden zusammengezählt. Wer nun am meisten hat, gewinnt. Sie haben sich gerade das Video zu dem Brettspiel Cuatro von Jürgen Grunau und dem Noro-Spieler-Verlag auf unserem Channel Spielregeln-Spielanleitung angesehen. Das Video hat Ihnen gefallen und nun möchten Sie gerne an unserem Gewinnspiel teilnehmen? Dann surfen Sie zu www.spielregeln-spielanleitung.de und schauen Sie, ob und welche Spiele wir gerade verlosen. Spiele aus dem Gel富izungsgerät Untertitelung des ZDF, 2020